Ja, ich weiß, wo ich hier muss. Willkommen im Zirkus der Werte! Wie viel Eve habe ich? Auch null. Sehr was, was du nicht siehst. Das war der Daddy. Den, die Haftbombe da. Da. Muss ich hier hin, richtig? Glaube ja. Aber wir tun uns gar nicht so doof. Dabei bin ich doof. Ich kann dieses Spiel nicht, aber wir sind so gut wie fertig. Ich möchte das fertig kriegen. Heute schaffe ich das nicht, das weiß ich. Aber trotzdem. Ich brauche viel zu lange dafür. Ich bin viel zu vorsichtig dafür. Das weiß ich auch. Dass ich extremst lange für dieses Spiel brauche. Aber besser so, als wenn ich ständig Selbstmordkommando fahre. Was ist die Lita-Gender? Ich sehe Eve. Glaube ich. Willkommen im Zirkus. Ich kann mir eh nichts leisten. Wir haben gespeichert. Das wird nicht gut gehen. Und tschüss. Okay, los. Laden. Da bin ich ja rigoros. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es einfach nicht. Das ist doch so. Kann man da nichts machen. Ach, das war mein Dummy. Oh, da liegt ja was. Pussycat. Dort? Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin. Aber, oh mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Linzhoff, Entschuldigung. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Rynes Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Oh, einfach so. Ja. Was geht hier wohl vor sich? Ein Friedhof? Kein Friedhof. Könnte man aber schon fast meinen, dass es ein Elektro ist. Mit Elektro kann ich was anfangen. Danke schön. Oh, hier rein. Daddy? Hoffentlich hat er keine Little Sis bei sich. Tod oder nicht mehr lebend? Tod. Okay. Who are you? Wenn man das lesen könnte. Wir speichern nochmal. Wir speichern jetzt in Überhand. Ich weiß. Es ist mir egal. Besser so als... Nein! Zeit für was leckeres, Jungs. Ja, genau. Oh, das ist mir ein Aktivisch. Ja. Erledigt ihn nochmal, bitte. Du glaubst, du kennst mich! Bin ich hier dran hin? Gut, dass ich mich hier versteckt habe. Wir warten. Wie im Himmel, so auf Erden. Unsere täglich droht, gib uns solche und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn wir... Geh'n dir, Mr. Baldi! Das ist... Jetzt misch' ich falschen Text. Jetzt geht doch mal bitte weiter. Egal in welche Richtung. Hauptsache, ich gucke mal nicht vorbei. Und... Sorte... Unsere Kinder, die ihr seid auf Erden. Geheigt werdet ihr ihre Gestalt. Ihr Reich komme, ihr Wille geschehe. Wie im Himmel, so ist auch auf Erden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn auch wir lösen... Äh, meine... Jetzt hab ich den Text verloren. Wo seid ihr denn jetzt? Wie auch wir... Wollen das Böse... Erlösen dich vom... Wir wollen dir ja erlösen, vom Bösen profitieren. Dein ist das Gleiche in die Kraft, in die Helligkeit, in die Ewigkeit. Ah, na, woher ist es? Notisieren Big Daddy, wenn ich nur vorbeikomme. Ich habe es schon. Dankeschön. Ich will euch nix. Oh, die Dittles sehen wirklich anders aus. Geht doch mal weiter, bitte. Ja, geht weiter. Ich will euch nix. Ja, genau. Geht nach Hause. Was tut ihr? Geht weiter. Dankeschön. Ich speichere nochmal. Ich weiß, es ist kompliziert, aber es ist besser. Wer auch immer es ist, kümmert euch um den, nicht um mich. Was ist da oben? Um was zu essen. Where are you? Da könnte ich nichts sehen. Der stand doch nur da. Daddy, kannst du nicht mal bitte um den? Was ist das? Das sagt eigentlich. Schade. Ich speichere viel zu oft. Das ist mir bewusst, aber es ist mir egal. Daddy, greif den nochmal an, bitte. Der hat schon wohl viel Husten. Die Musik ist cool. Da ist ein Vita-Chamber. Nicht ein Vita-Chamber, da ist ein Medi. Ich war aber nur ein bisschen mithälter. Ich wollte nur ein bisschen gefälter. Ah! immer wenn jemand einen anderen selbstrechtsarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dich selbst... Oh! Die anderen! Daddy, greif ihn nochmal an, bitte! Bitte! Ja, kurz vor einem goldenen Schuss. Ich hab sie nicht angefangen! Das Wasser, der Flüsse, ist zufrieden! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Und dringend! Das ist zum Heilen! Oder bringt mich einfach raus! Ja, gut! Egal! Wir kamen gut durch! Laden! Yes! Please! Wir kamen so gut durch! Oh, egal! Wir kamen nicht auf! Nein! Komm schon! Ich brauch nur jemanden zu kommen! To be right! Der Schaf für dich! Für dich, du hohen Schatz! Hab ich gehört! Was? Ich werde dich mit meiner Krise verfolgen! Sag ihnen, lebt wohl! Lieb mir fertig! Los, du Arsch! Hey, wie siehst du! Ich werde das auch damit! Ich werde das auch damit! Ich werde das auch nicht verfolgen! Ja, bitte. Legt los. Oh. Wo denn jetzt schon wieder? Ich bin nicht gut hier drin. Der Zug vielleicht auch noch tot. Nicht hier, meine Freunde. Nicht hier. Ihr findet mich nicht. Greif doch einfach mal die hier, nicht mich. Ja, genau. Schick die nach Hause. Nein. Ich wollte jetzt... Wo sind die denn? Oh. 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 Mann. Das wird jetzt schlecht. Wo sind sie denn? Verdammt, wir haben uns gegenseitig ausgeschalten. Habe ich denn diese Witter-Chambeche wenigstens gekriegt? Ja, sehr schön. Jetzt greift die mal bitte an. Hallo, Hubschrauber. Du bist ja mensch. Nein, Mann. Natürlich. Ja, es geht immer noch was. Wir speichern mal nochmal, auch wenn ich mich jetzt im Tank gerade überall durchmogel, aber egal. Jetzt gerne was zum Heiland. Schön, dass ich nur Geld kriege. Tust du das wirklich? Tust du das wirklich? Da kommt jemand. Was? Wir speichern einfach bei allem, was wir jetzt tun. Das ist besser so. Ich weiß, dass das jetzt doof ist, aber... Weiß ich nie, was hast du davon? Ich habe keinen Big Daddy hier. Denn in der Hand, denn er ist scheinbar. Gut. Triff. Den habe ich erledigt. Läuft. Rückwärts aber läuft. Machen wir es Schritt für Schritt. Ja, warum ist er abgehauen? Ich verstehe es auch nicht. Der Weg zurück wird auch gleich noch witzig. Wir müssen dann brennen. Es nützt eh nichts. Da ist einer. Was kriege ich jetzt? Insekten. Wo ist er? In Mutter. Hat er sich selten in die Luft? Ja, hat er. Gegen die Wand. Ich kann sie dir selbst beantworten, warum er dich verlassen hat. Ja, ein Medikit wieder. Vielen Dank. Ist noch einer tot? Ich befolge alle seine Gebote. 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 Ich melde Mr. Ryan auf und dann werde ich ein Star. Ja, mach das. Es ist eine Lesterin, es geht noch was. Selbst im tiefsten Meer sieht... Willkommen im Zirkus der Werte. Komm wieder, wenn du vieler hast. Das ist jetzt schon wieder viel, was ich da habe. Blöder Mann. Blöder Mann. Ja, klar. Blöder Mann. Kann ich dies aufheben? Ist das ein Telefon? Kann ich das denn benutzen? Nein. Ich brauche noch keinen Moni. Hat da was geleuchtet? Ich muss hoch, richtig? Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Was kriege ich jetzt? Security PSI. Was kriege ich denn hier? Napalm. Ich benutze irgendwie nie diese Waffen. Noch was drin? Oh, Eve. Sehr schön. Danke. Sehr cool. Hast du jetzt Eve, mein Freund? Komm bloß nicht hierher. Wer ist das? Niemand. Weißt du, was wir mit Eindringen klassen? Nicht da! Ich würde gerne die Waffe wechseln. Ja. Ja. Jetzt habe ich sie erledigt, indem ich sie geschlagen habe. Das war nicht das, was ich wollte. Aber egal. Ich habe sie erledigt. Nee. Nein. Mein Freund.